Willkommen auf Atomolattos Kanal. Wir drehen heute ein Video. Digga! So, hallo meine Freunde, hallo. Wir drehen heute ein Video. Ja, das war's doch eigentlich. Also, wir werden heute eine Challenge machen. Wir machen heute eine Challenge. Wie heißt die Challenge? Sag es. Sag wie die Challenge heißt. Sag! 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 Freunde, ich bin richtig oder falsch. Antwort ist, wenn wir diese scharfen Nudeln hatten. Zeig die scharfen Nudeln und komm wieder zurück. Das sind die scharfen Nudeln. Junge, hör auf! Wie ihr wisst, bin ich Koch. Das ist jetzt heiße Wasser hier. Und dann kommt das hier rein einfach. Dann werden die Nudeln so weiche Nudeln. Und dann war okay. Das Wasser ist jetzt drin, das ist gekocht. Danach geben wir die Soße ein. Dann ist das scharf. Die Nudeln sind hier auf unserer Crick Koch Herdplatte. Darauf kochen wie Crick. Mit bisschen Staub. Ich hab da letztens Crick gekocht, dann hab ich drauf geschissen und diese Kack auch einfach auf Stufe 7 da gelassen. Deswegen hat es so nach Blumen gerochen. Krass. Unglaublich lecker. Okay, der ballert jetzt diese Spice. Erst ballern wir die Soße an und dann baller ich Arthur. Unglaublich lecker. Oh, die Farbe, wie tödlich die Farbe aussieht. Bruder, das ist einfach schwarz. Oh Freunde, die zweite Packung kommt auch rein. Schütte es rein, ey. Oh mein Gott, wir werden so abschmieren, Digga. Bruder, das sieht so giftig aus, Mann. Die Nudeln sind vorbereitet. Das hast du Nudeln. Okay. Hälfte, Hälfte, Junge. Hälfte, Hälfte. So, das sind die Nudeln. Die scharfen Nudeln. Mich ist auch schon bereit. Wir werden jetzt anfangen. Onujang gegen Atomulato. Moment. Ah, ne. Okay. Wir haben nämlich gesagt, dass wir den gerade pranken und hier drei Millionen Skubbel reingepackt haben, oder? Ne, haben wir noch nicht. Zeynel. Guck mal nach vorne. Oh, wo bleibt der Scheiße? Nein, der soll da bleiben, Junge. Bleibt da. Oh mein Gott, ja. So, guck mal. Spielregeln, ganz kurz. Zeynel liest Schätzfragen vor sechs bis sieben Stück. Wir schreiben unsere Antworten hier auf, damit keiner von irgendjemandem klauen kann. Und jetzt kommt aber eine Baba-Regel. Wenn einer von uns exakt drauf liegt, darf er entweder aussetzen oder den anderen doppelt essen lassen. Auf Mäuse-Edition. Wir schreiben hier unsere Antworten, wenn es uns einer fragt. Hattest du nun einfach mein Handy? Stimmt, du hast echt kein Handy, ne? Basta Canem! So, erste Frage. Ich habe eins. Tag Nummer eins. Wie viele Minuten braucht ein Mensch, um wach zu werden? 14 Minuten. 14 Minuten. Äh, ja, dann hast du mal schön verloren, Meister. Wie viele? Die richtige Antwort sind 30 Minuten. Ich stehe in zwei Minuten auf, Alter. Oh, toll, Digga. Du musst die erste Gabels nehmen, Alter. Entschuldigung, mein Gab... Sag Wala, das ist zu scharf. Schmeckt übertrieben geil, muss ich sagen. Ey, wenn der schon so abschmeckt, ich bin tot, ne? Ah! Zweite Frage. Zweite Frage. Europa ist der Kontinent der Dialekte. Wie viele Dialekte gibt es hier? Drei, zwei... Die richtige Antwort ist 500. Oh mein Gott, isst du kleine dreckige... Möse. Isst du kleine... Nein! Kratze! Er sagt, was? 98? Oh, du Türkei hat mehr. Ja, die Gabel ist voll klein, mach mal mehr! Du viel Spuk, komm, guck mal diese Burger. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So viel Spuk, du musst. Guck mal, ich habe Torte. Ja, schön kauen, Bitch! Kau! Schmeckt gut, ne? Unglaublich lecker! Ja! Der kann noch weniger scharf als ich. Das ist gar nicht scharf, ich esse das einfach so. Kennst du diese türkische Bibel? Das brennt gerade so, als hätte ich Hälfte davon gegessen. Oder weil er kann scharf gar nicht ab. Gefällt mir das Spiel, ja? Der Teller muss echt leer sein, Bro. Bei den Fragen, die wir haben, Alter, geht schon nicht. Mein Ohr piept! Du bist so schwindelig. Du bist so warm. Dritte Frage. Wie viele Bakterien mehr tummeln sich im Ohr, wenn man einen Kopfhörer eine Stunde lang trägt? 40%. 64%. 700%. Oh, ja! 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 Unglaublich scharf! Das wird immer schlimmer, Wallah! Kannst du bitte nicht so viel Milch trinken, weil ich wohl Kellogg's morgens bin. Ich kann nicht mehr, Wallah. Lockere Runde. Vierte Frage. Mohamed Karimanovic hält den Weltrekord im Kokosnüsse zerschlagen. Wie viele Nüsse knackt er in einer Minute? Ah! Ich sag 44. 31. 32. 123. Was? In einer Minute? Wie? Wie? Kannst du ein bisschen draufspucken? Ein bisschen Wasser? Ich hab noch nie so viel Spuk erzeugt. Ich glaub ich muss gut gut gehen. Ich dachte, er trinkt sowas nicht. Ich würde Sperma trinken jetzt gerade. Weißt du, was das Ding ist? Wasser verschlimmern hast. Komm, komm, harte. Fünfte Frage. Wie viel Prozent der Unfälle in Schweden werden durch Elche verursacht? Wer weiß was? 10 Prozent. Bin ich ein Elch? Ich bin ein Elch. 64. 21. Oh! 20 Prozent! Oh nein! Ich mach's. Ah! Ey, bitte. Ich steck. Weiter. Ich steck Schock oder so in meinem Arsch. Kann man das aufhören? Nein! Ich stimme als Niederlage. Sechste Frage. Der größte Hund der Welt ist größer als ein Frauschirn. Digga! Wie groß ist er in Metas? Ah! 4,30 Meter. Ist das ein Hund oder eine Achterbahn? 2,11 Meter. 2,30 Meter. 4,30 Meter. 4 Meter. Das hat ich für einen Hundesohn gemacht. Junge, ich hab Höhenangst bekommen. Ich dachte, Dinosaurier sogar. 4 Meter. Wann waren Dinosaurierhunde? Und seit wann gab's Menschen? Bruh! Ey, wenn dieses Video durch irgendein Wunder 10.000 Likes kriegt. 10.000. Ich werd diesen Carina Reaper nehmen und in seinen Arsch stecken. Weißt du, was wir machen bei 10.000? Wir machen diese so strömigen. Diese fischen. Dann macht's so. Dann macht's so. Dann geht's besser. Siebte Frage. Mit wie vielen Knochen wird der Mensch geboren? 320. Ich hatte 323. Ich hab 187 noch. Einfach so ein Reflex. Wie viele waren's? 300 Knochen. Der erwähnt auch noch bei der Geburt. Sanky, du kriegst einfach Knochen dazu. Echt? Ach, die Frage. Wie viele Muskeln benötigen wir, um unsere Stirn zu runzeln? Als ob er seine Muskeln zählen kann. Ah! Du? 40 großer. Eins, zwei, drei. Ist. Und er ist 멈nt. H-L-L-Modon? H-L-Modon? Ja! Ja! Es in dem Moment drin. O-D-L-Modon? H-L-L-Modon? H-L-L-Modon? ist jetzt habe ich doch ich habe echt gegessen während du alles rausgespuckt hast halt die fresse man das ist doch noch da aber da gegessen weil ich habe gegessen weil ich habe gegessen ich kann wirklich verstehen wieso er nicht gegessen ich verzeih dir das auch diese dodovogel nicht gegessen ich sag sogar als bruder ich verstehe das habe ich nicht gegessen habe ich nicht gegessen ich habe es gesehen ich habe gegessen die sollen die kommentare schauen ich habe gegessen ohne witz war leicht nur kommt mir schlecht ich glaube ich gleich durchfall so freunde wenn euch das video gefallen lassen daumen nach oben da und wenn ihr ab und nackt sehen wollt dann lasst zwei daumen nach oben da dann würde ich sagen verabschiede ich mich ich mache es so wie alle anderen youtuber ich verlinke mein instagram unten da unten ist so ein paar da steht mein instagram einfach tschau ich liebe euch ich warte zwei minuten weg alles gut ich werde nie wieder diese nudeln essen so ein paar ja 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 Vielen Dank.